ja hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen medaillen video und beim level update der wird 43 und ich wollte noch zwei zwei kills für meine aurasio medaille sollte hier ein begriff sein dass es ein bisschen länger spielt man sieht ich war auch von ganz gut ich gehe davon aus jetzt schnell gehen wird endlich mal denn es ist schon mein dritter fahrer anlauf ich habe irgendwie das video anfangs schießen irgendwie kein plan wieso aber ich gehe aus jetzt besser werden wird wie gesagt zwei kills zwei kipps reichen leistung ich will einen kleinen minutenrechnung so standard durcheinander denn verhalten hat die minuten eigentlich als durchschnitt und das pack ich gerade wenigstens mehr zu rechnen wer bock hat kann ich gerne mal das ergebnis ob ich drin bin und wie ich früher bin in die kommentare reinschreiben und da haben wir zwei juhu ich meinte ja diesen genau diesen effekt und ich war auch die ganze zeit ich mache alle gegner fertig dann kommen meine verbündeten und machen die endgültig fertig wird sich nie auch nur ein kipp zwei kills brauchen noch zwei nicht 10.000 wenn ich mal zwei er drei nur zwei ein minimalistisch kleine zahl die nummer zwei die die ihn mir wenn sie ist back ein bisschen das liegt daran dass ich gerade im hintergrund noch meinen 26 ist jetzt bei hochladen wo mir richtig aufgeregt haben irgendwie ihr das gesehen hat wir wissen nicht mehr schlecht die aufgeregt ich habe nie so die mädere ein zielers und jede meiner videos regelmäßig kann das auch bezeugen so ich ring jetzt für jeden kilo nicht um die erde rum wenn es sein muss mache ich das nein macht sie nicht fertig das sind meine auch ihr klein penner kommt schon scheiße knarf 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 das ist gerade wieder so ein typisches syndrom ich versuche es und kriege es hier nicht hin als beweis ich nur noch zwei stück ja genervt angepisst doch alles begriffen wir jetzt in dem zustand aber in der bohrer wenn wir die oberen käse ich keine position wo position wo ich weiß wenn ich da oben bocke dann ist wahrscheinlich dass ich schnell meine punkte okay sie gerade die gegner sind noch ziemlich weit vorne ist wir können schwer werden darauf zu kommen aber wenn ich jetzt nach oben bin dann habe ich so eine gute position man hier hoch dass ich das relativ schnell erledigt haben sollte wie meine ich mich die position scheiße die meine ich auch nicht noch einmal nach oben aber jeder der bohrer ist kein und die wächst gleich eine einheit und kommt nach hier oben nein und fällt an ihm nicht so wie ich runter man sieht wie man relativ angespannt gerade aufregung bleibt noch zwei kills und so und jetzt wiederbelebt mich endlich hey leute alle alle holen mich hier rum nur ich nicht oder was kein penner dann bin ich sicher dann habe ich mich aber eigentlich mein Pris da ist ja doch kommt schon jungs mann nicht schon wieder und es fängt schon wieder an das immer nicht aufnehmen ich so direkt verkacke es ist immer das gleiche ja wieder überlegt mich freil mich danke ich habe vorschlagen weg meine position oder rennereien oder sowas denn so geht es nicht weiter ich die nun zwei kills haben und keinen display folge oder was machen das ist ein ziemlich schlechter werden welchen zwölf punkten nicht nur drei dann würde es ein ziemlich schlechtes display werden dem spreche biete ich euch jetzt mal die kleine politik und die lebt mich wieder gut und ich habe jetzt vor direkt mal nach oben zu sprinten das ist doch echt nicht so schwer leute ihr sollt mich nicht töten ich will nur zwei kürzer mann sah es gewahr vorhanden deutlich besser als ist aber wir sind typisch sind in der handwerfer kann ich auch mit färbung machen aber ich will nicht wieder handwerfer machen da ist wer meiner gollum gollum und noch ein jetzt hier runter noch ein stück ist nicht schwer da ist er nicht der politiker hochwind wo ist der politiker hin nein nein ich treffe nicht 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 arg das ist hier so typisches komm runter sind drum komm runter sind drum komm runter und ich komm nicht runter das ist echt wieder aber wenn wir die jetzt wieder ver... wenn wir die jetzt wieder... mann wenn wir jetzt wieder alle gegnern gleich wieder weg sind dann wird es wieder so lang werden dass das alles nicht passt und dann muss ich wieder komplett neues Video machen und dann ist mein toller Video anfangen nicht mehr drauf und dann ist mir so wieder alles scheiße und das ist doch irgendwie scheiße dann oder? deswegen war es mir so wichtig dass dieses Video jetzt wirklich auch los reinkommt und fertig wird wenn es das nicht werden würde wäre das echt ziemlich scheiße irgendwie... na endlich das wurde sorry verbündeter war keine absicht und du gescheuertes Arschloch ähm was stimmt da? Kausgewehrsalid irgendwas? nö ich hielt meine tollen Medaillen zeigen und das war's dann auch erstmal mit der war verbündet da habe ich alles geschafft was ich schaffen wollte alles was man schaffen kann an Medaillen und ja ich würde sagen das war's mit dem Video und im nächsten Video sehen wir uns im Scheiß mit der Papier wieder es sind auch noch 735 das passt doch alles geht super schnell und hier sind hier über 1000 Punkte sehe ich gerade und ich hätte mir glaube ich die einfach mal sparen Langeweile und so ok gut dann tschau bis im nächsten Video und tschau jetzt dass es lang geworden ist dann tschau